Still halten. Dauert nicht lang. Runter! Wir müssen weg. Nein! Und bleibt keine Wahl! Komm da raus, Beckett! Geh nochmal zurück, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Mist! Komm einfach ganz schnell hierher, in einen Schiff. Haltet ihr auf, wie lange ich kann. Ich bin... Guten Morgen, Herzchen. Sie gehören zu Projekt Harbinger. Warum sonst sollte Aristide sie hierher bringen? Commander, wir sahen sie auf die Fliebung Hauptleingang. Verstanden. Ich komme. Sie darf nicht entkommen. Samuels, beende das hier. Der Lutscher geht nirgends, woher hin? Ich brauche Hilfe. Ich decke dich. Hinlegen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Melo! Melo! Ah! God!